Stepkick-Mannschaft Liebe Stepkick-Mannschaft, herzlich willkommen zu unserem neuen Abenteuer. Ich bin Corbinian Burger, spiele seit Sommer 2020 beim 1. FC Magdeburg und ich freue mich, euch zu unterstützen und motivieren zu dürfen. Stepkick ist unsere gemeinsame Challenge, bei der wir versuchen, mit unserem Fitness-Armband so viele Schritte wie möglich zu sammeln, uns intensiv bewegen und somit dann gegen andere Klassen antreten und hoffentlich am Ende vor ihnen stehen werden. Wieso das Ganze? Weil ausreichend Bewegung und gesunde Ernährung super wichtig sind für uns, nicht nur für mich als Leistungssportler, sondern gerade auch für euch Kinder. 1.700 Kinder und 11 Profi-Clubs machen in ganz Deutschland bei Stepkick mit. Deswegen ist es umso wichtiger, dass jeder Einzelne von euch mitmacht, dass wir Gas geben, um am Ende den Pokal zu uns in die Klasse zu holen. Die Armbänder, die ihr dann bekommt, messen eure zurückgelegten Schritte und zeigen euch an, wie viele Schritte ihr schon zurückgelegt habt. Also, es liegt an euch, wie viele zurückgelegte Schritte wir am Ende auf der Uhr haben und ob wir dann Chancen auf den Sieg haben. Auf www.step-kickt.de findet ihr eine Tabelle mit allen teilnehmenden Klassen und auch super spannende Videos zu Bewegung und Ernährung. Natürlich auch von mir. In vielen Bewegung-Challenges tretet ihr gegen die Klassen anderer Clubs an und da kommt es natürlich wieder darauf an, wer am Ende die meisten Schritte zurückgelegt hat. Und euer Stepkick-Coach hat auch schon einige Ideen parat, wie ihr noch mehr Schritte sammeln könnt. Und übrigens, wenn das ganze Stepkick-Projekt vorbei ist, dürft ihr eure Fitnessanwender natürlich behalten. Also, passt gut darauf auf und verliert sie nicht. Also, strengt euch an, bleibt immer in Bewegung und zeigt mir, was ihr drauf habt. Gemeinsam holen wir uns dann die Stepkick-Meisterschaft und den Pokal. Es ist Zeit für Bewegung. Nehmt ihr die Challenge an?